Ist es spät geworden? Sieht so aus. Kenn ich ihn vielleicht? Mag sein. Kennst du ihn denn? Hi. Hi. Komm her. Hi. Hi, darling. Ich dachte, du kommst morgen erst wieder zurück. Ihr nehmt euch anständig. Mach's gut. Mach's gut. Ein Cousin von mir hat einen Wohnwagen in der Wüste. Sollen wir da hin? Was tust du hier? Wenn mein Dad was mitkriegt, dann bringt er dich um. Wo warst du gestern Nacht? Du hast versprochen, keine Fragen zu stellen. Was soll denn das? Was wollen sie von mir? Ich vermisse dich auch. Ich liebe dich. Wer ist da dran? Du tust mir unglaublich gut. Wer ist dieser Kerl? John! Wenn du deine Frau verlässt, reden wir weiter. Warum tust du das? Es geht dich nichts an. Ihr trefft euch nicht mehr. Lass uns von hier verschwinden. Nur wir beide. Wie meinst du das, verschwinden? Irgendwohin, einfach weg. Lass es uns tun. Hast du schon deine Gebete gesprochen? Ich bete nicht mehr. Das ist ein Fehler, Mariana. Viele Leute machen Fehler. Und bei denen scheint Beten überhaupt nicht zu helfen. Ich springe wie ein Feuerwerk. Ich liebe das. Ich liebe dich. Du liebst mich. Es mag Unrecht sein, aber so ist es nun mal. Ich habe immer Angst vor mir selbst gehabt. Jetzt kann ich nicht mehr davor weglaufen.